I'm coming up Office Ich spiele jetzt als Trio gegen ein Team, ne? Ja Na na ja, Luca könnte auch gegen Gruppenkeile alleine spielen, also Was? Was kann er machen? Luca kann auch alleine gegen Gruppenkeile spielen gegen ganz viele Gegner Ähm, ok Erster Kill schonmal für Luca Zweiter Kill War nicht dein Kill? Hinter dir, hinter dir Luca Links am Baum, ja Geh weg Der Super ist ein Skane links Der Super ist ein Skane links Dieser eklige Bug Ey, siehst du auch fast nur auf diese Skins, ja? Die sind Weihnachtsskind Ja, ne? Oh mein Gott Kann es sein, dass ich gerade voll verkacken? Ja Ey, du kannst ihm diese MP, die ist gut Nein Warte, ich hole ihn Oh Tschüss Geh erstmal fliegen lernen Ah 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 Oh Oh Der ist so blöd, der kommt auch noch zu dir Ne? Der wird jetzt Der wird jetzt Der wird jetzt Ippisch Ich hab den letzten geholt Hat der da gecampt? Ja, nein, der ist ähm Aus diesem Auto ist er in den Busch gegangen, aber ich hab's gesehen Und er hatte aber nicht gemerkt, dass ich es gemerkt habe Und er hatte aber nicht gemerkt, dass ich es gemerkt habe Hehehehe Wollen wir noch mal Na ja, die natürlich dann leichtes Boah, abhängt Hör doch mal aus, sie sind doch grad mitten im Falten Oh Kappi, die sind in den Busch Lol Kappi 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 Ich glaube hier hinten warミint Kappi Welche Ente Kappi Haste denn Feuerverein In den Lkw anhänger rein Kappi 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 Greift dir der dann grad an Achso Oh Gott Oh Gott Und zwar nicht ich Ansonin Och bist du wahrscheinlich nicht noch mal bei uns? Ne ich bin bei euch ja du bist nicht bei uns dagegen wird sie gerade am markt richtig gut hat keine teile abschießt einfach mit der scar drauf und treffe noch das überall feuer ich wollte dir auch vor weihnachten weihnachten genauso wie es heißt ich gerade weihnachten nicht weihnachten das heißt weihnachten dreieck, kreis, stern, 100,000,000 auf meinen kopf gefallen mal wieder sorry du kannst ihn sowieso nicht haben der hat das schon ein paar mal mit uns gespielt guck mal, der hat genau wie gordon, alter der hat auch schon ein paar mal mit uns gespielt was, wie ich? hab ihn max, was ist wie ich? der kleine hebe hier ja, der ist ja aber am tipp, nämlich nicht und das unterschied wohin jetzt alle gegner außer ihm er riskiert sein leben ja, ist klar, er hat so viele hammer er hat eine millionen hammer sind noch zwei stücke da ich mach jetzt erstmal nur bis 16 uhr unicron hier können wir uns ein bisschen abwechseln hier können wir uns ein bisschen abwechseln hier ich habe einen knock ja der ist knisch richtig und richtig Er ist wieder gequält. Oh, der kommt zu dir mit dem Hammer. Ja, ah, da hinten ist noch einer. In die Mine rein. In die Mine rein. In die Mine rein. Wir sind ja unten. Achso. Hier ist das. Mauer und Gold sogar. Mythisch. Hier ist das. Hier ist das. Auf zu meinen weihnachtlichen Aktivitäten. Jo. Dann würde ich sagen, bis dann. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Schaut es euch an. Mal.